Mann, ihr fuck! Kacke! Hey, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde nach Higher and Lower. Und ich denke mal, viele von euch kennen das. Angefangen hat das ja alles mit PewDiePie. Das bedeutet, was hat eben mehr Suchanfragen auf Google. Ich muss zugehen, ich hab das Game noch nie gespielt. Und mal schauen, wie sehr ich mich jetzt blamieren werde. Golden Red River. Singapur Airlines hat weniger, also come on. Ach du scheiße, was? What? Okay, zweiter Versuch. Also ich bin der Meinung, Waffen haben weniger Aufrufe. Haja, okay. Ja, so ganz knapp. Die werden weniger haben. Uh! Auch noch weniger. Ja, jetzt müsste man aber langsam mal wieder was kommen, was mehr hat. Inter, also komm Leute, wenn Inter weniger hat, dann weiß ich es auch nicht mehr. Jawohl! Mexiko. Ja, das könnte seitdem Donald Trump jetzt Präsident ist, könnten das mehr geworden sein. Jawohl! Tennis. Tennis, ja Tennis ist... Ne, hat weniger. Äh, okay. Ja, gut. Ähm, Brave New World hat weniger. Ja, sehr gut. Leute, ich knacke den Highscore easy. Ich knacke den Highscore easy. Rezepte, boah, die müssten mehr haben. Ich wollte gerade sagen, also so viele Rezepte, wie es gibt. Ich kenne den nicht, also ich kenne den persönlich gar nicht, aber ich sag einfach mal, er hat weniger. Oh, okay. Ich bin nicht der Einzige, der ihn nicht kennt. Hat, könnte noch weniger haben. Ne, er hat mehr. Ja! Hat mehr. Oh. Aber hey, immerhin C, das ist ja schon mal top. Also für das erste Mal. Noch eine Runde. Adoption hat mehr als 40.000. Mehr. Ja! Wann ist Gaming? Er ist, glaube ich, ein YouTuber, oder? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich sag, der hat mehr. Alleine, weil das, glaube ich, ein YouTuber ist. Eishockey. Hat das ganze Sport Eishockey weniger als ein YouTuber? Ne, jetzt hat mehr. Komm. Was? Bitte was? Jetzt fühle ich mich gerade verarscht. Wenn ihr übrigens Bock darauf habt, gerne einen Daumen hoch. Ich habe Bock auf viele andere Spiele, auch Free-to-Play-Games. So, H&M oder Beethoven? Ne, Beethoven ist nicht mehr so bekannt. Hat zwar immer noch eine Million Aufrufe, aber, oder, Suchanfragen. Oh, Gewichtthemen ist halt einfach im Trend. Ich sag, das hat mehr. Okay. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele denken so, boah, bist du blöd, Junge, bist du blöd. Okay, nochmal. Das hat mehr. Oh. Ich dachte eigentlich, das wäre mal relevanter. Die müssten eigentlich mehr haben, auch wenn die nicht so relevant sind. Scheiße. Das Camp Nou. Das hat noch mehr. Was? Aber das kann nicht wahr sein. Kürkert ist auch uninteressant. Einfach. Okay. Och, nein. Mann. Hat weniger. Ne, so viel haben die nicht. Ich glaube, die Neuseeland hat mehr. Jawohl. Hat weniger. Ja, sehr gut. Das MI5. Come on. Das muss weniger haben. Ja. Der Iran. Ey, komm, ein ganzer Staat wird doch wohl mehr haben. Ganzes Land. Ja, sehr gut. Johann Cruyff. Na, hat weniger. Ach, der Rugby World Cup. Wen juckt der? Mein Gott, mich nicht. 60.000 Aufrufe. Seht ihr? Der Vietnamkrieg. Ey, komm. Der muss aber auf jeden Fall mehr haben. Sehr gut. Willie Mays. Ja. Baseball. Halt immer so eine Sache, ne? Und so, das könnte jetzt richtig daneben gehen. Ich sag weniger. Okay, gut. Ey, Superman. Leute, was ist das für eine Frage? Mehr. 2 Millionen. Jawohl. Äh, OC hat weniger. Ja. 10, Leute. 10. Ed Sheeran hat mindestens 3 Millionen. Oh. So wichtig ist er dann doch nicht. Hat weniger. Hatten wir auch schon. Ähm, Ice Hockey hat ja auch so wenig. Aber es hat ja ein bisschen mehr als das. 13. 24 hat mehr. Also die Serie mit, ähm, Kiefer Sutherland. 5 Millionen. Leck mich am Arsch. Border Terrier hat weniger. Amnesty. Au. Scheiße. Hat das mehr oder weniger? Jetzt bin ich mir echt unsicher. Oh, das ist schwer. Es hat weniger. Ja. Paypal hat mehr. Oh, 30 Millionen. Leck mal. Hipster hat zwar wahrscheinlich auch richtig viele, aber nicht so viele. Oh, hätte ich mit mehr gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Air Hockey hat noch weniger. Ja. Golf hat aber mehr wiederum. Sehr gut. Poverty. Hat weniger. Ein Trauerspieler, aber ist so. Mike Dyson. Mike Dyson. Puh. Hat mehr. 22, Leute. Lennox Nullis hat weniger. Ey, wenn ich jetzt wegen Lennox ausscheide, ne? Ja. Leute, 23. 23. Willem Shakespeare hat mehr. Oh, 4 Millionen. Oh, das ist schon wieder. Oh, scheiße. Höher oder niedriger. Höher oder niedriger. Niedriger. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, was hat der Rugby nochmal? Verdammt. Weniger. Ja. Ist halt einfach unrelevant. NBA 2K16. Mehr. Komm. Jawoll. Geil, die 30 möchten noch voll machen. Oh, weniger. Ja. Sehr gut. Die Toronto Maple Leafs. Das ist schwierig. Also ich kann das so gar nicht einschätzen, weil ich, wie gesagt, Eishockey habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer. Aber das könnte weniger haben. Mann, ihr fuck. Kacke. Sorry. So, und das war es auch schon mit der ersten Folge Lower Entire. Mich würde natürlich mal interessieren, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Schreibt mir auch gerne Spiele in die Kommentare, die ich mal spielen kann, ob die Free-to-Play sind. Das wäre natürlich das Einfachste für mich. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bei einem neuten Video bald hier. Bis dahin. Ciao.